so hallo ich begrüße euch zu später aufnahme von supermajor maker 2 testaufnahme hat gerade ergeben es ist alles synchron ich verstehe es halt nicht ich habe jetzt drei folgen von cadence aufgenommen gehabt mit den gleichen einstellungen die für die demo hatte die ich für maio maker habe es läuft hier alles auf der switch es läuft hier alles über obs es wird alles auf hier übertragen und wenn ich maio maker spiele passen die einstellungen und wenn ich die demo von cadence spiele passen die einstellungen und wenn ich cadence selbst spiele ist es so ein paar millisekunden im ingame sound verschoben habe ich nicht verstanden war ich echt sauer als ich das gesehen habe aber lässt sich halt nicht mehr ändern so gut wir haben vorschläge bekommen und zwar als erstes einen level in dem counter meinte ich soll gucken ob ich seinen rekord brechen kann also werden wir das mal versuchen nachdem er jetzt selber keine level mehr baut gibt ihm jetzt einfach level in denen er rekorde aufstellt kann man auch machen so das sind 3s und dann 6g so schauen wir mal was dabei rauskommt ja das mit cadence hat mich echt aufgeregt muss ich sagen also dass ich verstehe es halt vor allem nicht muss jetzt bei der nächsten aufnahme mal gucken er hat tatsächlich immer noch den rekord ok ja dann let's go 233 ich bin gespannt also count das herausforderung schaffen wir es seinen rekord zu brechen erst mal müssen wahrscheinlich das level verstehen also jetzt aufhetzen ist quatsch ok am anfang kann ich die röhre und in die röhre und in die röhre und in die röhre oh mein gott das sind sehr viele röhre und in die ich rein kann stammfertache geht nicht so klein und da rein komme ich dann auch nicht wenn ich den umstellen bringt mir das gar nichts vielleicht bringt mir das schon was nämlich ein springboard und eine kopfbedeckung keine kopfbedeckung also dann bringt es mir erst mal ein springboard kann ich da auch rein nein ja gut dann bringt es mir halt erstmal tatsächlich nur eine spring wo ich jetzt damit hin will weiß ich nicht haben wir noch nicht ermittelt das ist auf jeden fall nicht was ich brauche dann gehen wir mal hier rein da kommen wir auch nicht weiter dann bleibt nur noch der raum hier ja gut hier kann ich jetzt den on off auslösen und dann fällt da irgendwas runter morgen springboard oh jetzt hat der was getan jetzt komme ich an den on off ran äh an den pau da komme ich nicht mehr rein das ist also nicht mehr ist quatsch da komme ich nicht rein aber wieso kriege ich jetzt noch also ich meine jetzt nehme ich den halter mal mit die türen weiß ich nicht vielleicht sind es nur recent türen ich bin mir nicht sicher den könnte ich jetzt natürlich hier drüben drücken nee das war hier das war hier das p-switch ding das war hier jetzt bräuchte ich aber auch noch ein springboard wenn ich jetzt wieder neu reingehe ist die wieder da ne ja also ohne springboard komme ich da nicht hoch aber mit dem aber ich kann ja nicht beides mitnehmen vor allem jetzt sind wir wieder am ach so der bleibt hier offen okay so was ist jetzt hier in dieser tür tatsache das ist einfach nur ein reset das wollte ich nicht das wollte ich auch nicht oh man aber ich komme halt nicht an das ja was willst du eigentlich von mir was war hier drüben nochmal ach das hier das bringt ja erst recht nix was soll das denn bringen ah doch das bringt wenn ich den p-switch habe ja 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 wenn ich den p-switch habe bringt mir das schon was aber ich komme hier nicht mit springboard rein ich müsste hier mit pau und springboard reinkommen ach ich bin ja eine nuss wir spielen ja wir spielen ja drei idee wir spielen ja was mit wandsprung ja 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 okay wir spielen ja was mit wandsprung entschuldigung wir spielen ja mit wandsprung gut dann kommen wir also weiter dann kommen wir hier rein und jetzt stellen wir um ja das hat jetzt kann ich jetzt kann ich jetzt kann ich andersrum raus okay ja 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 alles gut jetzt ist alles andere offen und da war ich jetzt zu langsam da hätte ich jetzt da hätte ich jetzt eigentlich schon durchgekommen mit der zeit aber gut das gleiche kann ich hier auch nochmal auslösen jetzt komme ich auch drüben raus jetzt komme ich hier rein und da ist mein virtual point sehr gut mit millionen joshis eins reich danke aber hier den an offen stellen scheint mir nicht sinnvoll ach der kann jetzt auch nicht schlucken äh der kann jetzt nicht in den mund nehmen der spuckt automatisch egal was immer ja ich muss also so sein aber mit joshi kann ich jetzt da drüben rein ist klar so und da gibt es dann erstmal einen bosskampf okay gut also an der fahne geht es erstmal wieder los so hier stellen wir einmal um aber wofür der peacewitch hier drin ist ach dass ich hier wieder rauskomme wenn es weil ja 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 okay der ist einfach nur zu wieder ja okay verstanden das war blöd das war gut so und nochmal nicht gut äh gut aber den joshi hätte ich gerne wieder den joshi hätte ich gerne wieder joshi dankeschön so wo kommen wir jetzt raus das ist die große frage hier bei ganz viel geld das hört auch gar nicht mehr auf haben wir jetzt alles dankeschön ach und jetzt bin ich am ziel dann haben wir mehrere röhren jetzt gar nicht verwendet die es gibt sind die dann fake sind diese röhren dann fake die hier unten nämlich die müsste ich mal ausprobieren aber gut los geht es also hier so dann macht er das damit ich hier an das springboard rankomme ja mit dem springboard hole ich mir dann hier drüben den pau block warum ich hier nochmal ein springboard kriege weiß ich jetzt nicht aber ist halt so vielleicht falls ich damit irgendwie quatsch mache keine ahnung ich weiß es nicht so mit dem pau block hole ich mir dann da drüben den p-switch Mist der war hier der p-switch war hier ok ok sorry ich hoffe den fehler werde ich nicht nochmal machen ich denke aber den fehler macht man nur einmal weil man einfach nicht damit rechnet dass das passieren kann an der stelle ah es war blöd keine frage war blöd oh das kann ich abkürzen ok alles gar alles gut jetzt kommt kein springboard dankeschön ah das kann man also sogar eine runde abkürzen sehr schön gut zu wissen so nochmal so jetzt geht der in die richt ah das muss ich anders stoppen verstanden das muss ich dann stoppen wenn er rüber läuft also verliere ich natürlich Zeit so so ah und ich könnte in der Zwischenzeit wenn er da nach hinten läuft auch direkt wieder umstellen das wäre auf jeden Fall eine Idee so jetzt hole ich mir den p-switch erst wenn alles kaputt ist gehe ich nach hinten ach man ach man so wenn wir jetzt besonders schnell sind und das sind wir dann wenn wir das ein bisschen uns vorbereiten hier go go ah ne bis ich ne ne der läuft auf jeden Fall aus ja der läuft aus schade ein bisschen besser vielleicht noch vorbereiten es müsste irgendwie möglich sein es müsste grundsätzlich irgendwie möglich sein das ein bisschen besser vorzubereiten so hier interessiert mich nicht so jetzt holen wir uns in den Yoshi das ist eigentlich alles was uns hier interessiert alles andere interessiert uns hier ja gar nicht jetzt haben wir nur noch den Bosskampf vor uns die anderen Röhren werde ich noch ausprobieren aber jetzt will ich erstmal die Zeit schaffen nicht gut oh boy Yoshi nein oh Gott ja was war klar ok dann haben wir jetzt die Zeit die anderen Röhren anzuschauen genau sehr gute Idee bevor ich mich hier jetzt umbringe und alles Neustart haben wir jetzt die Zeit die anderen Röhren anzuschauen genau so machen wir das so also die kennen wir da kriegen wir das Dings her den äh da kriegen wir den P-Switch gedrückt was ist hier da ist einfach nur Geld ohne Sinn und Verstand ohne Sinn und Verstand ok also unnütze Röhre dann ist die andere wahrscheinlich auch unnütze da kriege ich ein Springboard warum sollte ich ein Springboard hier wollen vor allem ich müsste ja Yoshi dafür jetzt wieder hergeben ne ne und hier am Anfang ist ja jetzt ja auch nix anders nur weil jetzt dann oft anders ist hier hat sich ja nichts verändert also warum sollte man das wollen das ergibt für mich keinen Sinn ok macht aber nix muss auch keinen Sinn ergeben wir müssen eine Strategie uns entwickeln für den Kollegen da drüben das ist nämlich das einzige Ding was halt noch Zeit kostet ich würde am besten lieber nicht von Yoshi abspringen ich glaube das ist blöd sondern das ja weil dann es ist ziemliche Glückssache ihn wieder zu bekommen ah es geht ganz gut so nice aber das wird halt wenn ich aufgeregt bin wird das schwierig ne wenn ich aufgeregt bin werde ich da Quatsch machen dann geht es noch schnell in die Röhre rein und dann geht man raus ok alles klar so welche Zeit müssen wir jetzt schlagen 2 Minuten 16 irgendwas 2,33 müssen wir schlagen also erstmal kurz eine Like für das Level 2,33 müssen wir schlagen das sollte doch drin sein das ist doch jetzt keine sonderlich gute Zeit das Problem ist halt einfach der Boss der wird mich halt jetzt ein paar mal killen beim Versuch das hier zu schaffen nein jetzt habe ich ah da habe ich schon Zeit für Roller das will ich nicht das hatten wir vorhin schon gesehen das geht in einem durch das geht in einem durch das geht in einem durch gut nice jetzt kam das Springboard auch schneller raus sehr gut wenn ich schnell genug bin schaffe ich es vielleicht sogar äh nein ich muss hier rüber Mist schaffe ich es vielleicht sogar einmal zu sterben und komme trotzdem noch in die Zeit müssen wir mal gucken so jetzt muss ich wenn der rüber läuft jetzt nice so mach bumm und oh nein ich habe Quatsch gemacht ich muss es ja nochmal drücken ah Mist es fehlt jetzt wieder Zeit alles ok mein Gott dann verlieren wir halt ein bisschen Zeit so ist jetzt auch kein kein Drama alles noch in Ordnung so nun muss ich hier rein und kabumm ja ja so so dann hier ah ich bin doof ich bin doof ich kann das trotzdem schneller machen ich kann ja hier einen Wandsprung rein machen das muss doch jetzt reichen yes nice jetzt habe ich den einen Raum übersprungen perfekt jetzt kommt nur noch der Boss jetzt kommt nur noch der Boss oh den jetzt bitte nicht versauen es lief so gut alles ich darf den jetzt nicht versauen gut yes ab 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 das war's nice bin voll zufrieden nice wir haben so viel Zeit gespart wir haben so viel Zeit gespart durch das wir manche Räume einmal haben wir den den Cycle geskippt bei dem bei dem äh bei der Shell wir haben den einen Raum komplett geskippt sehr sehr gut sehr schön so alles klar ich bin zufrieden Challenge geschafft hu 20 Minuten ist aber ok nice Sache ok dann hat mir Twakes ein Level empfohlen weiß leider nicht mehr was er dazu geschrieben hat f weiß es leider wirklich nicht mehr 7b0 ich könnte aber nachschauen weil hier steht Part 57 hm wir gucken mal was es ist 1gk 8lf 8 enttäus aimed und zwar meine alte elthe es war meine alte Notiz wie das hat mir schon weil er hat ein anderes ab das habe ich nicht oft Ach Mist muss ich nachher noch es machen Aggressor hat mir aber einen quartal Story-Reihe soll das sein? B83 WNV RYF Genau, da haben wir Rise of the Kukepa Kingdom haben wir schon gespielt und der hat vier andere Level gebaut, die dazugehören. Das ist sozusagen eine Story. Ne? Das ist eine ganze Story. Da müssen wir also hier, 1-2, 1-3, 1-4 und 1-5 noch spielen. Das gehört nämlich zu einer Story. Alles klar. Let's go. Who is behind the Kupe-Attack? We need to go through Mr. Merrow. Mount Merrow. Nicht Mr. Da steht Mount. MT. Mount Merrow. Also gehen wir durch den Berg. Oder sterben auch am Anfang. Das geht auch. Oh, ich komme direkt. Ich komme ja so hoch. Ups. Und hops. Und doof. Nochmal. Häng dich. Häng dich. Häng dich. Häng. Häng dich bitte daran, Mario. Häng dich bitte daran, Mario. Oh, das geht nicht, wenn er den Knochen schon draußen hat. Das ist ja doof. Ach, komm schon. Ein ganz schön kniffliger Start. So. Na, da kriege ich halt keinen Pilz. Oh, da ist es im Boden. Ich habe den Boden nicht gesehen. Jetzt muss ich erstmal wieder hier meinen Skill sammeln. Nachdem ich den Skill gerade schon verbraucht habe. In dem Level. In dem Level mit Counter. Habe ich gerade alles schon aufgebraucht an Skill, was ich heute dabei hatte. Tut mir leid. Ah, ich weiß, wie ich das mache. Wenn ich schnell genug hier hochkomme, dann funktioniert das. Pass auf. Jetzt geht er rüber. Jetzt wirft er. Und jetzt gehe ich rüber. Mist. Ah ja, ich weiß, was ich mache. Ich gehe über den Knochen mit einer Spin-Attacke. Und dann erwische ich ihn. Pass auf. So nicht. Pass auf. Das haut hin. Das haut hin. Und dann hole ich mir den Pilz. So drüber. Und dann mit ihm mitgehen. Nice. Sehr schön. Plan ist aufgegangen. Weiter im Programm. Diesmal lassen wir uns hier einfach nicht treffen. Ja, jo, 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 jo. Ach so, Moment mal. Das ist gar nicht so gedacht. Ich dachte, man soll eigentlich hier hinten rum gehen. Ja, gut. Ja, gut. Das ist ja jetzt auch nicht so wild dann. Ich dachte, das muss man so spielen. So. Können wir bitte nicht getroffen werden? Dann kann ich mich einfach direkt fallen lassen. Oh. Ja, gut. Einfach fallen lassen ist nicht so eine kluge Idee gewesen. Das muss man erst mal auch akzeptieren, dass das nicht gut ist. Ah, das war blöd. Okay. Ich entschuldige mich für den hektischen Spielstil. Aber ich habe das Gefühl, das würde funktionieren, wenn man das geschickt angeht. geschickt angeht. So. Zack. Okay. Jetzt hier rein. Sehr schön. Genau so wollte ich das. Und dann kann ich hier rüber. Easy. Easy. Und jetzt habe ich keine Ahnung, was kommt. Ich springe einfach mal immer weiter. Bisher sieht das ja ganz gut aus. Hier gibt es neun Bild. Hier gibt es Münzen. Ah, da oben geht es weiter. Vielleicht. Ja. Da oben geht es weiter mit einem Midwaypoint. Ah ne, das ist ein Yoshi. Nice. Den nehme ich auch gerne mit. Würde ich gerne nicht verlieren. Aber ich kann ja zurück. Den kriege ich ja wieder. So. Jetzt werde ich auch nicht mehr neu starten. Das ist klar. Wir haben ja den Midwaypoint. Aber den hier würde ich gerne als Notfall verwenden für genau mein Gott. Für genau sowas. Oh Gott, da kommt der nächste Knochen. Lass das. Geh weg. Das ist da einfach ein Leben drin. Okay. Oh, das sieht ungemütlich aus. Vor allem wenn die jetzt noch einen Knochen werfen. Das ist nicht schön. Ah, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir bautechnisch nicht. Doofen Knochen werfen, Heini-Star. Löscht euch doch! Mano. Hä? Oh. Oh. Ja, ja, ja. Schon gut. Leider wird der zweite nicht unsichtbar. Sonst könnten wir wieder coole Sachen machen. Aber das funktioniert ja alles nicht. Warum bin ich denn jetzt... Ich darf den Yoshi nicht behalten. Ich verstehe. Ich kann ihn nicht behalten. Es geht nicht. Man muss an der Stelle vom Yoshi abspringen. Ich wollte ihn eigentlich behalten und dann den unteren Teil damit machen. Aber es geht... Wait, es geht schon. Wenn man... Mist. Ja, jetzt geht's nicht mehr. Ich wollte gerade sagen, es geht halt, wenn man, äh, ne? Die, die, die Bullet-Bring-Dinger nutzt. Aber so geht's natürlich wieder nicht. So, jetzt muss ich schnell sein. Oder... Ach, Mann! Nein, 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 das darf ich nicht. Nicht, nicht das. Ah, das ist, das ist, das ist eine blöde Stelle. Die mag ich nicht. Die ist für den Rest des Levels, äh, finde ich die unpassend. Nee! Also die Stelle finde ich für den Rest des Levels unpassend, weil man nicht so genau weiß, ob es jetzt passt oder ob es nicht passt. Der Teil davor war ein bisschen einfacher. Naja. So, jetzt warten wir den hier mal ab. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, genau das wollte ich im Prinzip mit Yoshi machen. Aber, ihr seht ja, hat wieder nicht funktioniert. Okay, wir springen nicht so weit. Wir springen so und so und so und so und irgendwann passt es nicht mehr. Das ist genau, was ich meine. Ich kann es nicht abschätzen. Genau das habe ich befürchtet. Und wenn ich da länger warte, dann werfen die ihre Knochen und dann funktioniert es erst rechtlich. Weil plötzlich wirft einer die Knochen und ich kann nicht ausweichen, weil die viel zu groß sind. Ach, ist das ein Blödsinn! Oh, ist das eine dämliche Stelle! Oh, ist das eine dämliche Stelle! Das gibt es doch nicht! Ich hoffe, in den anderen... Der erste Level von ihm war eigentlich nicht ganz nett, aber das hier ist ein ziemlicher Blödsinn. Ah ja. Okay, diesmal behalten wir Yoshi. Wir behalten Yoshi nicht. So, aber jetzt muss ich hier halt wirklich schauen, dass ich immer den erwische. Oh boy! Kriege ich ihn bitte in Midwaypoint? Ich kriege keinen Midwaypoint. Ich hasse alles. Oh, ich kriege dafür das... Wehe! Ich kriege dafür das Ziel. Boah, wenn ich jetzt nochmal an dem Knochen gestorben wäre, ich hätte geschrien. Bis in die Nacht hinaus hätte ich geschrien. So. Wer schließt denn dieses Level mit 38 Sekunden... Es gibt so kranke Menschen einfach, ne? Ich lese mal King Kong. Es ist aber nicht King Kong. Es ist K. K. Ruhl. Es ist nicht King. Er ist nicht Kong. Ihr wisst, was ich meine. So. So. Also, das ist jetzt das Airship von K. Ruhl. Das ist, ähm... Nicht ganz so gelaufen, wie ich wollte. Wieso werde ich denn da immer getroffen? Oh mein Gott! Ich muss da rüber. Von was werde ich denn hier getroffen? Ich springe doch über die Säge drüber. Ja, jetzt... Jetzt geht's natürlich... Oh nein! Jetzt hat der Sprung aus irgendeinem Grund nicht gereicht. Guck mal, jetzt wurde ich schon wieder getroffen. Dafür komme ich jetzt hier hoch. So. Hast du davon. Ach so, jetzt hängen die sich da rein. Ja, chillt ihr ruhig da. Ist okay. Kriege ich einen Pilz? Danke. Ich möchte den Spitter auch nicht sofort wieder verlieren. Oh, Himmel, hilf. Ich möchte da drüber. Dann halt nicht. Midway Point! Wir kriegen den Midway Point. Easy. Sehr gut. Und... Uh! Uh! Oh! Ach Mist. Also nochmal. Also nochmal. Ich meine damit nicht nochmal sterben. So, hier stoppen wir. Und dann gehen wir erstmal hier drüber. Und... Oh, da, da! Das ist halt jetzt... Boah, das ist jetzt super ungünstig, wenn man nichts sieht. Das ist nicht so nett. Oder habe ich das verhaut? Dadurch, dass... Keine Ahnung. Das... Weil das Airship geht ja so rauf und runter, ne? Aber das... Das kann man natürlich... Man kann ja jederzeit hier sein, dass... Das kann natürlich dann sein, dass das mal ungünstig gebaut ist. Und man halt echt nicht sieht, wo man landet. Wenn es gerade runter geht, ist es mit den Kanonenkugeln hier einfacher. Ja, das sehe ich ein. Aber grundsätzlich ist das ein bisschen... Mh... Guck mal, nein, jetzt... Ich sehe das halt überhaupt nicht. Kommt da was raus? Da kommt doch 100% was raus. Oder muss ich da rein? Oder ist es... Weder noch. Ich kann da rein. Oh boy! Das war knapp. Wow! Okay. Nein! Gut. Ich kriege hier bestimmt einen Pilz. Nice. Dann komme ich hier hoch. Okay. Und dann... Nein! Äh, äh... Hi. Shish! Dann komme ich mit dem Ding jetzt hier hoch, weil... Ich habe nicht gesehen, was da unten ist. Da ist ein Yoshi schon wieder. Ich mache mir jetzt etwas Sorge, dass da ein Yoshi ist. Weil ich nicht weiß, wo ich es abgeben muss! Toll! Er mag keine Yoshis. Kann das sein? Dass man halt da nichts sieht nach oben, finde ich nach wie vor blöd. Warum ist da... Warum gehen da Münzen eigentlich runter? Ah. Ja, und wie komme ich jetzt da wieder hoch? Wait! Ah, ich dachte schon. Ah, ja. Ah, ja. Uff. Ah, er hat schon... Nicht ganz so... Also... Sagen wir mal... Jetzt bin ich da oben. Sagen wir mal... Sein Level-Design ist so ein bisschen... Es funktioniert, wenn es funktioniert, aber es kann halt auch nicht funktionieren. Guck mal, die paar Münzen, an denen konnte ich eigentlich nicht erkennen, dass ich da so abspringen muss, wie ich abspringen musste. Weiß ich nicht. War ich jetzt nicht ganz so begeistert. Also, er gibt sich Mühe beim Bauen, aber es sind so ein paar Stellen, die ich kritisch sehe vom Level-Design her. Weiß ich, ob ihr die das nachvollziehen könnt. Wie viel denn jetzt noch zum Beispiel sowas hier? Hallo? Täglich grüßt das Murmeltier. Ich kriege jetzt halt auch kein Dings mehr vom Boss. Super. Oh, ich kriege das Ziel. Okay, es gibt keinen Boss. Gut. Ich dachte halt, da kommt jetzt so ein typischer Airship-Boss. Entschuldigung. Ich dachte halt, da kommt so ein typischer Airship-Boss. Gut, kam nicht. Uff. Er kriegt natürlich ein Herz. Also, ich meckere hier auf hohem Niveau, aber... Naja. Ich finde halt ein paar Sagen hätte man schön, dass er machen könnte. So, die Zitadelle. Wir sind auf dem Airship gewesen. Das ist jetzt runtergefallen. Ne, Quatsch, ist nicht runtergefallen. Die Airship dropped us at one of King Kong World's Castle. Also, this isn't good. Wir sind bei einem Schloss gelandet von K. Rool. Alles klar. Na dann, auf geht's. Schauen wir mal, ob er hier auch wieder ein komisches Level-Design eingebaut hat. Oder zum Beispiel die Stelle mit den Yoshi-Münzen, ne? Das hätte man deutlich schöner machen können, dass man weiß, wie es funktioniert. Das war mir viel zu... Na gut, jetzt rieche ich hier direkt den Pau-Block. Aber der erklärt mir wahrscheinlich nur, was so ein Pau-Block... Ah, hallo! Ach so. Ich habe nur eine Chance. Okay. Hier hatte ich mehrere Chancen. Da dachte ich, das ist da drüben auch so. Stellt sich raus. War nicht so. Oh, Gottes Willen! Und dann gleich hier weiter. Und dann gleich hier... Oh, und dann werfen wir den direkt. Okay, alles klar. Ich verstehe das schon. Er will mich einfach erinnern. Ich verstehe das. So, vor allem muss ich es jetzt mal hinkriegen, da unten vor der Säge abzuspringen. So, irgendwie. Und dann gleich hoch und dann gleich hoch und hier auch. Und jetzt kann ich hier erstmal chillen. Eieiei. So, jetzt habe ich keine Ahnung. Das ist halt... Das ist halt jenes Level-Design, was so... Du hast eine Chance und du weißt vorher nicht, was passiert. Erst beim zweiten Mal weißt du, wie das funktioniert, was du spielen sollst. Ich habe keine Ahnung! Oh mein Gott! Ich hätte den nicht für den nicht nutzen! Oh! Puh! Tolle Wurst! So. Jetzt weiß ich, dass ich hier springen muss. Jetzt behalte ich hier auch meinen Quatsch. A.K.A. Pilz. Oh Gott, das will... Aber wie mache ich denn jetzt? Achso, direkt drüber. Okay. Gut. Oh, Fie. Oh, da muss man schnell drüber. Okay. Soweit ist das verständlich. Das verstehe ich auch noch. 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 So. Höh! Das sind Blind Chumps! Das sind praktisch Blind Chumps. Das ist kein... Das ist kein schönes Level-Design. Ich bleib dabei. Er gibt sich viel Mühe mit allem, was er baut. Aber es sind keine fairen Stellen, die er macht. Nein! Und jetzt habe ich es verhauen. Ja, jetzt kann ich nichts mehr machen. Doch, ich kann auch was machen. Ich kann rein und raus. Easy. So lange ich sehe, was kommt. Das war falsch jetzt sicherlich. Aber ich habe ja... Äh, im Moment habe ich nicht. Hä? Ich muss es schaffen, bis zur Röhre zu kommen. Dann kann ich resetten. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Also nicht für die Kleinen hergeben. Immer nur für die Großen. Die Kleinen wollen den Pau nicht. Nein! Die Kleinen wollen den Pau nicht. Die Großen wollen den Pau. Richtig schön ins Gesicht rein wollen die den. Hier, ins Gesicht. So, die Kleinen wollen den nicht. Der gibt doch gar keinen Sinn, den hier zu werfen. Das sehe ich ein. War dumm von mir. Jetzt muss ich erst darüber. Okay, verstanden. Verstanden. Ich muss erst nach links. Den Pau holen und dann rüber. Das wollte ich schon fast wieder werfen. Aber... Hat mich dann doch besonnen. So, also einmal nach links. Mitnehmen. Und zurück. Jetzt hier Spin-Cheese. Spin... Reden! Bubble. Sprachen. Keine Ahnung, wo ich hin muss. Doch, ich weiß es. Hier hoch und jetzt hier werfen. So, langsam. Hier kommt der Nächste. Und jetzt, keine Ahnung. Okay. Wir sind safe. Gut, den muss ich jetzt... ...für den Kleinen nutzen, ausnahmsweise mal. Und wir kriegen ein Ziel, ja? Oh, oh Gott! Wenn da die Lava! Oh! Ich dachte gerade ganz kurz, ich hab ein Problem, aber... ...stellt sich raus, hab kein Problem. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Wir besiegen jetzt K. Ruhl. Alles klar. Let's go. Es gibt zwar keinen K. Ruhl hier, aber hey. Nächstes Mal schicke ich Donkey Kong. Soll der das machen? Guck mal, das ist ein K. Das steht für K. Wegen. King K. Ruhl. Hör auf, deine scheiß Knochen zu werfen. Die habe ich sowas von dicke. Nicht gut. Oh mein Gott, war das gerade Glück. Holy, habt ihr das gesehen? Wie mir einfach das Spiel gesonnen ist. Es ist genau weggegangen, als ich reingefallen bin. Das Spiel liebt mich einfach. Will ich ihm auch geraten haben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mach das nicht. Okay, er macht es nicht. So. Okay, wir haben jeweils immer einen Sprung, weil danach sind die Bomben putt. Okay, passt. Passt. Passt auch. Gut. Das war ein blöder Sprung von mir. Ich möchte jetzt bitte nicht sterben. Ich springe erst, wenn der unten ist. So. Oh, ich wollte das bisschen... Ah, das haut nicht hin. Ja, das haut nicht hin. Gut, für wen drücke ich den jetzt? Für den nicht. Für den nicht. Für den nicht. Für den nicht. Für den. Kriege ich langsam mal einen Midwaypoint. Also langsam wird es kritisch. Oh mein Gott. Wenn der mir jetzt einen Scheißknochen ins Gesicht wirft, ich raste aus. Da ist mein Midwaypoint. Ist hier noch irgendwas gefährliches? Außer die Stacheln. Oh mein Gott. Ich hab den Midwaypoint. Alles gut. Alles gut. Ich hab den Midwaypoint. Da waren schon wieder Stellen. Wenn ich da gestorben wäre, wäre ich leicht ausgetickt. Ah, mein Gott. Weil das war ganz schön weit. Das war ganz schön viel für ohne Checkpoint. Hufi, hufi. So. Jetzt geht's wieder zurück. Alles... Oh nein! Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Das reicht nicht. Warum reicht das nicht? Ich weiß es nicht. Mehr Anlauf anscheinend. Ei, ei, ei. Möglichst knapp alles bauen. Ja, ja. Ich verstehe das schon. So, jetzt nehmen wir gleich weiter. Nee! Aber direkt der erste... Oh, den verstehe ich schon wieder nicht. Den ersten. Weil ich könnte den ja wahrscheinlich einfach überspringen und lande dann auf dem zweiten, oder? Es müsste doch mehr Schwung geben, wenn ich da einfach den Schwung nehme. Wenn ich da einfach den Schwung nehme und, und, und dann Dinge tue. Das müsste doch besser laufen. Hätte ich jetzt halt gedacht. Aber wahrscheinlich denke ich falsch. Wahrscheinlich will ich einfach wirklich möglichst knapp... Okay. Ja, will ich. Oh je, mehr davon. Ist da oben auch was im... Nein, da oben ist nichts. Also einfach über die. Und über die und dann sind wir auch schon fertig. Du gibst mir jetzt das hier. Stellt sich die Frage, was ich damit will. Ah ja. Ist es für, falls ich runterfalle und das Glück habe, gerade nicht in die Stacheln zu fallen, dass ich dann wieder hochkomme. So wie jetzt. Okay. Na, das ist ja dann in Ordnung. Häääääh! Mö, 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 mö. Man müsste dann halt noch den Sprung hinkriegen. Häääh! Von Ranken abspringen ist auch so ein Spaß. Möchte ich nicht unbedingt immer wieder machen. So. Oh Gott, das sind alles ganz tolle Einsersprünge hier. Einblocksprünge. Ja. Okay. Wir kriegen... Oh, nee. Mama. Ui, 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 ui. So langsam wird ich dann gerne gehen. Häääh! Da war eine Pflanze. Aber bis da hoch ging es eigentlich. Also, das ist schon in Ordnung. Das ist schon in Ordnung. Ja. Danke für die Ranke. Ach, jetzt muss ich den blöden... Oh, nein. Ach, komm her. Uh! So. Wie wär's, wenn wir diesmal einfach nicht... ...in die da reinspringen. Ich hab ein bisschen Angst. Weil kein Checkpoint hier ist. Hi! Krieg ich vorhin einen Checkpoint? Checkpoint? Checkpoint... ...Pflanze... 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 ...Ääh? Wait. Hä? Hä? Und was ist mit der zweiten Schlüsseltür? Ich meine, ja, hier ist ein Ziel. Das freut mich. Aber hier ist noch eine zweite Schlüsseltür. Na gut. Wir sind fertig. Ich weiß nicht, was mit der zweiten Schlüsseltür ist. Ich wüsste auch nicht, wo ich noch einen Schlüssel jetzt herbekommen kann. Aber pfff. Er hat einen nicht ganz so angenehmen Level-Design-Stil. Möchte ich mal an der Stelle sagen. Ist okay alles, ja. Kriegt alles Herzchen. Hat es auch vollkommen verdient. Hat sich richtig viel Mühe gegeben. Und auch schöne Level gebaut. Aber sein Stil ist gewöhnungsbedürftig. Okay. Gut. Haben wir das geklärt. Danke fürs Zuschauen. Schon wieder fast eine Stunde. Was haben wir jetzt in dem Part gemacht? Wir haben die Story gespielt. Und wir haben die Herausforderung von Counter geschafft. Sehr gut. Dann können wir ganz kurz gucken, was uns in den nächsten Parts erwartet. Falls ich hier schon... Kann ich bitte einfach direkt zum Stern durch? Und nicht erst über... Kann ich? Ich habe nichts gesagt. Ich kann. Oh. Das klingt super interessant. Werden wir uns dann beim nächsten Mal anschauen. Oh Gott, noch ein Alina-Level. Okay, das haben wir gespielt. Das heißt, wir haben zwei Alina-Level. Und ein neues von... Von... Nie... 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 Oh, das wird auch interessant. Wim vom Haaret. Das ist dann mal ein schwieriges wahrscheinlich. Wir gucken ganz kurz rein. Ich spiel's nicht, aber wir gucken ganz kurz rein. Das reizt mir jetzt gerade noch, das hier ganz kurz ein, auszuprobieren. Ah ja. Ach, ich kann nicht... Ich will die ganze Zeit einen Spinchamp machen. So einen kleineren Sprung habe ich ja gar nicht. Haha. Und jetzt? Bruder, mach nicht so Lücken. Uiuiuiuiuiui. Oh boy, oh boy, oh boy. Wip, wip. Lauf! Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh yes. Wuh. Ah, jetzt muss ich hier selber Quatsch machen. Ah, da habe ich mich... Da habe ich mich... Ja. Da habe ich mich zu sehr verleiten lassen. Ah, es geht doch bisher. Wuh. Ach, jetzt werde ich wieder schneller an der Stelle. Nein, 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 nein. Wir starten nicht neu. Wir starten nicht neu, Freund. Was? Was tut er? Jetzt muss ich es doch spielen. Weil ich so weit schon gekommen bin. Ich dachte jetzt nicht... Ich dachte, ich werde am Anfang direkt sehen. Okay, das wird lange dauern. Aber ist nicht so. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Die Stelle ist ein bisschen... Nö, aber kriegen wir hin. Ja, perfekt. Jetzt werde ich hier wieder schneller. Keine Ahnung, was jetzt kommt. Das Ziel! Yes! Yes! Ging doch. Alles machbar hier. Alles machbar. Sehr schön. Gut. Dann nächstes Mal die zwei Anliener-Level. Und vielleicht hat sich bis dahin noch was getan. Weil ich werde es nicht sofort aufnehmen. Ne? Vielleicht hat sich da noch was getan. Achso, und dann gucke ich mir nochmal den Code an von einem anderen Tweaks-Empfehlungs-Level. Das habe ich jetzt vergessen. Ich hoffe, ich denke das nächste Mal dran. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss! Tschüss!